Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist David von Scouten und ich bedanke mich schon mal im Voraus, dass ihr euch entschieden habt, dieses Tutorial von mir anzusehen. In diesem Tutorial geht es darum, wie wir Audiodateien verbessern, sprich Sprachdateien. Wie ihr bereits an diesem Startbildschirm erkennen könnt, arbeite ich für das Odyssey Mod Team, welches ich hier an dieser Stelle herzlich grüße und natürlich auch die dazugehörige Community. Das Odyssey Mod Team hat vor ein paar Jahren eine Modifikation entwickelt zu dem Spiel Gothic 2 Die Nacht des Raben und wie ihr erkennen könnt, es heißt Odyssey im Auftrag des Königs. Die jetzige Rollenspielmodifikation befindet sich in der Version 2.5, in der sehr viele Sachen verbessert worden sind. Auch die bestehenden Sprachdateien der Vorgängerversion sollten übernommen und verbessert werden. Aber wie machen? Und irgendwann einmal hat das Odyssey Mod Team in einer meiner Videos etwas von Audiobearbeitung und Entfernen von Störgeräuschen gesehen. Ich meine, das war Anfang Juni. Die haben mich angeschrieben und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Eingangs sei gesagt, es ist unerlässlich, ein gutes Gehör zu haben. Ich auch als Musiker habe jahrzehntelang Erfahrung und Training da drin. Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Ich persönlich verwende zwei Audioeditorprogramme, welches ihr hier seht. Das ist das erste Audacity oder Audacity auch genannt in der Version 2.2. Die könnt ihr runterladen, kostenlos frei verfügbar auf dieser Homepage. Und zur Verbesserung der Sprachdateien benutze ich ein älteres, semi-professionelles Programm von Steinberg mit dem Namen Wavelab. Kommen wir nun zum ersten Schritt, und zwar zur Stapelbearbeitung in ein handelsübliches Audioformat. Ja, das mache ich mit Audacity. Warum mache ich das? Warum sage ich handelsübliches Audioformat? Viele der Sprecher haben natürlich nicht das gleiche Equipment, die gleiche Software oder die Aufnahmeweise, wie er seine Stimme aufgenommen hat. So haben wir sehr viele unterschiedliche Audioformate. Und ich kann das auch mal zeigen. Nehmen wir mal, ach, hier haben wir schon mal einen. Lasse ich mal abspielen und dann zeige ich euch, welches Format oder welchen Codec der hat. Hier steht zwar Waff dahinter, aber das hat auch keine Aussage über den Codec. Ich warne dich. Wenn du ein Spitzel bist, machen wir kurz einen Prozess mit dir. Das war also schon eine relativ sehr gute Aufnahme. Wir gehen auf die Informationen und Eigenschaften vom SM-Player. Der habe ich ausgewählt, weil der mir wirklich hier explizite Informationen über die einzelnen Daten des Audio-Files geben kann. Ich sehe hier zum Beispiel ADPCM-IMA-Buff. Ich weiß nicht, welches Programm das macht, aber das Steinberg-WaveLab-Programm kann das nicht lesen. Und zur Sicherheit schiebe ich über Audacity erstmal alle Dateien in die Kette bzw. in die Stapelverarbeitung. Wer das Programm schon kennen sollte, der wird die Grundfunktion kennen. Ich will hier auch nicht großartig drauf eingehen, doch auf eines gehen wir hier mal ein und zwar auf Ketten. Da gibt es hier zwei Positionen, die eine heißt Kette anwenden und Kette bearbeiten. Wer noch keine PCM-Wave-Kette erstellt hat, dem zeige ich hier, wie man das machen kann. Hier in dieser Liste steht hier schon mal eine PCM-16-Bit-Wave-Kette als Algorithmus. Ich kann jetzt auch etwas hinzufügen, zum Beispiel, ihr habt das noch nicht hier stehen, füge ich einfach hinzu, sage dann PCM als Beispiel und kann dann hier auf der rechten Seite die ganzen Parameter einfügen, die hier schon vorgefertigt sind. Dann gucke ich mal hier hin, aha, hier steht schon Beispiel, Export as Wave, äh, als Wave-Datei. Als MP geht auch oder, also alles mögliche ist hier aufgeführt. Dann gehe ich auf Export as Wave und dann ist die Geschichte schon fertig. Mehr brauchen wir nicht. Ist dies einmal geschehen, können wir auf OK drücken und unsere Kette anwenden. Ich schiebe mal unsere Beispielaufnahme, die wir eben über den SM-Player gehört haben, hier rüber in das Audacity-Programm. Und ihr seht dann, das ist die Wellenform. Und die Information, die hier links unten steht, hier in der Spur, Mono, 44,1 kHz, 16-Bit-PCM, ist die Projektinformation. Das heißt also, in der wir das Pfeil dann abarbeiten. Es sagt nichts über die Information des Originalfiles aus. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher und konvertieren alle Files, die wir haben, über die Stapelbearbeitung, Kette, anwenden und lassen die Audio-Files durchrattern. So, das sieht dann folgendermaßen aus. Hier ist natürlich schon ein ganzer Batzen drin an Audio-Files. Ganz wichtig und beachtet werden muss, ist die Anzahl, die ich in die Stapelverarbeitung einbringe. Es dürfen bei Audacity nicht mehr als 999 Dateien sein. Warum? Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls macht er dann irgendwie einen Crash, einen Error und solche Geschichten. Also hier haben wir das. Dann wenden wir unsere Kette an. So, was wir eben gerade eben in dem Dateiexplorer gesehen haben, haben wir natürlich auch hier. Und wie eben schon erwähnt, nicht mehr als 999 Dateien. Ich habe sie jetzt alle markiert. Ich öffne sie. Ich habe noch nichts vorbereitet. Also achtet mal hier drauf, was hier steht. So, dann sieht das so aus. Gut, okay, das Rad hat jetzt alles durch. Das dauert so ein bisschen seine Zeit. Ja, fertig ist er. Und ihr seht, hier ist ein neuer Ordner reingekommen. Der nennt sich Aufgeräumt. Das hat Audacity selbst gemacht und hat die Stapelbearbeitung mit unserer Umkonvertiererei in WAP 44.100 Hz und 16 Bit umgewandelt. Die sind alle schon mal verarbeitet worden. Sollte es passieren, dass in Audacity diese Fehlermeldung kommt, keine Panik. Dann einfach nochmal das Audacity nochmal neu starten und die Kette nochmal wiederholen. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass der Fehler dann auftritt, wenn ich schon einige tausend Audio-Dateien über die Kette bearbeitet habe. Das war es für den ersten Schritt. Doch ich möchte ganz gerne noch was hier über Audacity sagen. Warum kann man denn das hier nicht auch machen? Der Grund ist, das geht nicht. Das geht bedingt. Es ist kein Echtzeit-Audio-Edit-Tool. Das WaveLab-Programm kann in Echtzeit die Effekte mit einbinden, nur Audacity nicht. Das sei damit gesagt, ich kann hier leider keine Echtzeit-Effekte anwenden. Das ist das Ding. Falls noch Fragen sind, schreibt mich an, abonniert mich und gebt mir einen Daumen. Bis zum nächsten Mal.